Covid-19, Welle Nummero, keine Ahnung, 2, setzt der US-Wirtschaft ziemlich stark entsprechend momentan mit zu. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach mal schauen, was passiert denn in der US-Wirtschaft momentan. Bevor wir hier in die Details reingehen, wie immer noch einmal kurz der richtige und wichtige Risiko hinweist, an dieser Stelle bitte ich einen Gänse zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Marge, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zum Biespuk. Für all diejenigen, die hier nicht jede Woche dabei sind und das Thema mit dem Biespuk noch nicht so richtig mitbekommen haben, kurz, das Biespuk ist einer der wichtigsten Konjunkturberichte in den USA. Den gibt es seit 1970 und das ist ein Report über die aktuelle wirtschaftliche Lage aus zwölf wirtschaftlichen oder aus zwölf Verwaltungsbezirken in den USA. Bei denen werden befragt Branchen- und Bankenexperten, Unternehmenslenker und auch Ökonomen. Und diese Daten geben Aussagen über die ökonomischen Trends und auch auf mögliche zukünftige Herausforderungen. Positive Dinge untermauern die US-Wirtschaft. Das kann den US-Dollar stützen. Alles was negativ ist, wirkt sich negativ auch aus den US-Dollar aus. Und der Offenmarktausschuss, also das FOMC bzw. die FED, nutzt diese Daten sozusagen dann für die zum einen kurzfristigen Zinsentscheide, aber das ist ja nur ein Instrument, das die Federal Reserve in den Händen hat. Es gibt ja noch eine ganze Menge an Potpourri, was dort zur Verfügung steht. Zum Beispiel dieses sogenannte Quantitative Easing. Also es gibt da sehr, sehr viel, was gemacht werden kann. Und das nutzt die FED dann sozusagen, um ihre Entscheidungen zu treffen. Wer sich das Ganze selbst einmal anschauen möchte, die Veröffentlichung dieser Daten ist kostenfrei im Netz verfügbar. Und zwar im Board of Governors of the Federal Reserve System. Hier ist mal noch der entsprechende Link. Einfach mal googeln, wen das Ganze interessiert. Wie schon gesagt, kann man sich in Ruhe auch anschauen, weil ich aber weiß, dass erstens sich nicht jeder die Zeit dazu nehmen möchte. Und zweitens, dass das Ganze auch auf Englisch ist. Und ich weiß, dass viele, die hier zuschauen, ja, da deutlich mehr Zeit zum Lesen brauchen. Fasse ich das einfach hier regelmäßig zusammen. Veröffentlicht wird das Ganze achtmal im Jahr. Und das Interessante ist immer zwei Wochen vor dem nächsten FOMC-Meeting. Das heißt, übernächste Woche ist die FED wieder dran. Und da können wir uns schon mal, sag ich mal, wirklich auch, denke ich mal, auf Wirtschaftsstützungsmaßnahmen gefasst machen. Das hat Paul ja auch schon angedeutet, dass es hier deutliche Spuren in der US-Wirtschaft gibt, dass die FED auch genau sieht, was die US-Wirtschaft jetzt braucht. Da sollte einiges kommen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wie schon gesagt, das sehen wir dann quasi übernächste Woche. So, und jetzt schauen wir einfach mal auf das Bild, was wir hier momentan sehen. Das Ganze ist ja sozusagen ineinander gefasst, in drei Teile aufgeteilt. Das ist das Thema der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten an erster Stelle. Und da schauen wir einfach einmal mit rein. Das heißt Nummer eins. Wie sieht es denn in der Gesamtwirtschaft aus? Was man hier sieht, ist im Vergleich auch zum letzten Mal, man hat eine Erholung auf breiter Fläche, aber die ist wirklich bescheiden. Da muss man so ein bisschen aufs Würdigen auch achten. Es sind die kleinen Unterschiede, die man hier drinnen hat, wo die FED auch immer ganz genau hinschaut. Beim letzten Mal war es eine eher moderate Sache. Jetzt haben wir eher eine bescheidene Erholung. Also das ist eine Verschlechterung. Wir haben eine Erholung, aber eine Verschlechterung. Und das sieht man auch an den Meldungen. Das kann man sehr, sehr schön daraus lesen. Und zwar in vier Distrikten gibt es nur noch, und das ist wirklich das Würdung, nur noch geringe oder keine Wachstumsentwicklung. Da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Und das ist immer der Anfang von einer möglichen Umkehr. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie einen Ball in die Luft werfen. Der Ball wird immer, 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 immer langsamer und irgendwann kommt der Bereich, da bleibt er auf Deutsch gesagt ganz kurz stehen und dann kommt der Richtungswechsel. Und das sind halt die Sachen, die sind in der Wirtschaft ganz genauso zu sehen. Fünf Distrikte vermelden, weiteres Wachstum, aber sehr, sehr deutlich unter den Zeiten der Vorpandemie. Also dort, wo es wächst, wächst es, aber man ist auch immer noch deutlich unter Vorpandemiezeiten. Ja gut, das ist ganz klar, wenn man sich mal die Covid-19-Fälle in den USA auch anschaut. Das heißt, das aktuelle Wiederaufflammen der Covid-19-Situation verlangsamt die Erholung massiv. In Philadelphia, beziehungsweise drei von vier Distrikten im mittleren Westen, wird genau das gesagt, dass die wirklich Probleme haben, damit zurechtzukommen, wenn was passiert, das sind halt sehr, sehr große Herausforderungen, vor denen diese mehr oder weniger Bundesländer sozusagen dort auch stehen. Es gibt allerdings auch überdurchschnittliches Wachstum, davon wurde auch berichtet und zwar im Produktion, im Vertrieb und der Logistik und im Wohnungsbau und den Bestandsverkäufen. Und da sehen wir auch, das Thema Wohnungsmarkt ist relativ solide. Und wir sehen halt hier auch, dort wo es wächst, das sind halt auch die Dinge, wo man auch merkt, so langsam macht sich eine leichte Wirtschaftserholung in manchen Teilen auch wirklich wieder bemerkbar. Aber halt nicht flächendeckend, das ist das Wichtige. Und da sieht man dann halt, dass etwas gesteigerte Nachfrage sich natürlich auf die Produktion und auf den Vertrieb auswirkt. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Logistik, weil wenn wieder mehr bestellt wird, muss mehr verschickt werden. Das sind die Dinge, die sieht man und das sind die positiven Facetten, die momentan hier an dieser Stelle zu sehen sind. Aber bei all diesen Dingen in der Wirtschaft, wo es positiv läuft, haben wir momentan wieder etwas, das ist doch deutlich negativ. Und das wird etwas sein, was die Federal Reserve deutlich auch auf der Uhr haben wird. Denn Thema Banken, Thema Kreditausfälle, da wird es bei dem einen jetzt hier oben klingeln, Liquiditätsanpässe. Wir hatten doch da mal in der nicht allzu weit entfernten Historie mal sowas wie eine Finanzmarktkrise. Lehman lässt grüßen. Da hatten wir was? Wir hatten eine brutale Kreditklemme. Wir hatten richtig heftige Kreditausfälle. Wir hatten eine massive Liquiditätsklemme und das hat dazu geführt, dass es da diesen brutalen Schub nach unten gibt. Oder gegeben hat, da war keine Liquidität am Markt vorhanden. Und das ist das, das hat jetzt nämlich die FED genau auch auf der Uhr. Und da schauen die genau hin. Denn die Banken vermelden steigende Kreditrisiken oder steigende Risiken in den Kreditportfolien. Und zwar bei den gewerblichen Krediten im Einzelhandel, im Gastgewerbe und im Freizeitsektor. Und wenn man mal hinschaut, das sind genau die Sektoren, die extrem mit Covid-19 zu kämpfen haben. Einzelhandel, da gibt es Beschränkungen, da gibt es Ladenschließungen und und und. Alles mögliche haben wir da in diesem Jahr gesehen und wer weiß, was noch kommt. Gastgewerbe genau das gleiche. Schaut mal hier bei uns vor die Tür, was da im Gastgewerbe los ist. Da ist tote Hose. Genauso sieht es in den USA aus. Und beim Thema Freizeitaktivitäten, wir können hier nichts machen. Ich kann durch die Tür gehen, ein bisschen im Park spazieren und das war es schon gewesen. Da ist also nichts. Und in den USA hat natürlich dieser Sektor genau mit denselben Dingen entsprechend zu kämpfen. Und das ist ein Punkt, wo die Banken jetzt sagen, passen wir auf, hier drohen Liquiditätsengpässe. Und wann ein Liquiditätsengpass droht, wissen wir ja, was dann am Ende im schlimmsten Falle passiert. Kredite können nicht zurückgezahlt werden. Das haben wir bei uns in Deutschland auch. Man geht im nächsten Jahr davon aus, dass gerade kleinere Banken massive Probleme mit genau diesem Thema haben werden. Weil es natürlich jetzt zu Covid-19 Zeiten halt Stützen gibt, wenn das dann langsam wegfällt. Oder wie bei uns in Deutschland auch, dass wir hier momentan die Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht haben. Das wird dann nächstes Jahr vielleicht kommen. Und das sind die Risiken, die ihr schenkt. Das heißt, die Banken erwarten ganz klar einen Anstieg der Zahlungsrückstände in 2021. Und das ist halt so. Ein Zahlungsrückstand ist die Vorstufe von der Insolvenz. Und das ist ein Problem. Und das muss man genau auf der Uhr haben. Aber jetzt möchte ich an dieser Stelle zum Abschluss aus Sicht der Unternehmer noch etwas Positives zeigen. Und zwar Unternehmen schauen schon positiv in die Zukunft. Auch wenn aus aktueller Sicht der Optimismus leicht rückläufig ist, schaut es schon positiv aus. Die blicken schon positiv in die Zukunft. Nämlich dann, wenn es tatsächlich einen Impfstoff gibt, rechnen die Unternehmen auch damit, dass es ein bisschen besser wird. Und das muss man schon sehen, was hier an dieser Stelle da ist. Und es ist halt auch etwas, ich kenne aus meiner Zeit, wo ich auch eine Weile im Ausland gelebt habe, auch einige Leute aus den USA. Und wenn ich die mal mit den Deutschen vergleiche, die ticken schon ein bisschen anders. Wo der Deutsche halt häufig ein bisschen pessimistisch ist, ist der Amerikaner, der sieht die Chancen. Das ist halt einfach so. Und das merkt man halt auch in diesen Berichten. Das heißt, Optimismus ist da. Auch wenn es ein bisschen rückläufig ist, es wird sozusagen nach vorn geschaut. Auf Deutsch gesagt, wie man das so schön sagen will. Es läuft zwar rückwärts, aber es läuft. So sieht es ja auch aus. Die wissen, dass momentan alles nach unten geht oder sehr, sehr viel. Aber die schauen halt positiv in die Zukunft. Große Sorge gibt es halt um die aktuelle Situation. Und das ist halt das Thema der pandemischen Einschränkungen, die wir hier haben. Die Sorge vor dem Auslaufen von Arbeitslosenunterstützung oder dem Auslaufen von Zahlungsaufschüben. Das heißt, hier in den USA genau dasselbe, wie wir hier in Deutschland sehen. Anstehende Zwangsvollstreckungen werden hier tatsächlich befürchtet, wenn es nächstes Jahr hier dann andere Regelungen gibt. Beziehungsweise wenn bestimmte Dinge auslaufen. Dann schauen wir als nächstes mal noch auf den Arbeitsmarkt und dann auf die Preisentwicklung. Das sind die drei Bestandteile, die wir in Biesburg immer wieder haben. Arbeitsmarkt. Da hatte ich ja geschrieben, deutliche Bremsspuren. Wir sehen am Arbeitsmarkt in den USA eine Erholung. Ja, und jetzt kommt das Aber, das hätte ich eigentlich dickfett und rot schreiben müssen, extrem langsam. Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Und das ist halt so Covid-19 auch geschuldet. Und warum? Die Erholung ist nicht flächendeckend. Das ist das eine. Das zweite, die angespannte Lage am Arbeitsmarkt wird halt oder der Arbeitsmarkt wird halt sehr, sehr stark von der Pandemie überschattet. Was heißt das? Woran erkennt man das? Man hat die Sorge vor einem Anstieg von Schul- und Betriebsschließungen. Das hat dann zur Folge eine Verschärfung der Fehlzeiten und Probleme mit der Kinderbetreuung. In der Folge, dass am Arbeitsmarkt einfach weniger Arbeitskräfte da sind. Und das ist ein riesengroßes Problem, wenn man Arbeitskräfte sucht, die aber nicht kommen können. Die wollen zwar, die können aber nicht, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wie sie die Kinderbetreuung gestalten sollen. Das ist ein Problem und das ist ganz klar der Pandemie geschuldet. Und deswegen ist das das Thema, was den Arbeitsmarkt hier ganz klar überschattet. Ansonsten, was gibt es noch in Richtung Covid-19 und Arbeitsmarkt zu sagen? Nummer eins, man hat die Befürchtung, dass der Winter deutlich auf den Arbeitsmarkt drückt. Aber, und jetzt das Positive, im Frühjahr wird eine Erholung erwartet. Und das Lohnniveau ist relativ konstant, trotz dass der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist. Aber, wo der Druck steigt, ist ganz klar, dort wo man qualifizierte Mitarbeiter sucht, ist das Angebotgrad klein, die Nachfrage groß. Und das führt dann natürlich hier zu steigenden Löhnen und zu Druck auf dem Lohnsektor. Und das könnte für das ein oder andere Unternehmen dann doch wieder schwieriger werden. Also, die Lage ist wirklich deutlich angespannt. Und dann schauen wir noch auf die Preise. Da gibt es nicht viel zu sagen. Man hat moderate Preisanstiege seit dem Vorbericht. Das ist das, was wir hier haben. Der Einkaufspreis oder die Einkaufspreise steigen leicht an. Und jetzt die gute Nachricht, die Verkaufspreise legen maßvoll zu. Das heißt, man ist tatsächlich in der Lage, dass man die leichten Preissteigerungen auch entsprechend an den Endkunden weitergeben kann. Aber eine Sache ist wichtig. Covid-19 führt zu Verzögerungen im Betriebsablauf bei sogenannten On-Demand-Companies. Also, diejenigen, die keine große Lagerhaltung haben, sondern die das, was sie brauchen, bestellen. Und das hat dann negative Auswirkungen. Nicht nur, dass man an manche Teile erst später rankommt, sondern man hat erhöhte Transportkosten. Und diese Kosten belasten halt das Unternehmen. Aber man ist ja mittlerweile auch in der Lage, dass man das in Teilen zu den Endabnehmern auch mit weiterleiten kann. Ein Thema, was für die Preise im nächsten Jahr, sage ich mal, definitiv auf der Uhr stehen sollte, auch das Thema Inflation, ist das Thema grüne Energie. Ja, so schön wie das Thema der grünen Energie ist, braucht man ja auch in den USA einen massiven Ausbau vom Stromnetz. Das sehen wir ja auch hier bei uns in Deutschland. Das Thema Ladesäulen beispielsweise für Elektroautos. Wo fließt denn der Strom durch? Nur weil ich da eine Säule an die Straße stelle, kommt ja der Strom nicht angeflogen, sucht sich die Säule und geht da rein. Nee, da muss ein Kabel verlegt werden. Und da muss nicht nur ein Kabel verlegt werden, sondern diese Kabel müssen landesweit verlegt werden. Und diese Elektromobilität wird auch nicht nur bei uns in Deutschland gefördert, sondern überall auf der Welt, in Asien, in ganz Europa, in den USA. Was hat das zur Folge? Man braucht Kupferkabel, weil Kupfer ist in Stromkabel drin. Und wenn wir da eine deutliche Erhöhung sozusagen der Nachfrage nach Kupfer haben, könnte das dann dazu führen, dass alles, was rund um das Thema der grünen Energie ist, deutlich teurer wird. Und das könnte dann sozusagen ein Inflationstreiber sein. Das muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich das Thema der Wirtschaft auch entwickelt. Das muss man wirklich sehen, was daraus wird. Aber das hat halt sehr, sehr weite, weite Auswirkungen, weil Kupfer wird halt in der, in der gerade Elektro, in der Elektrosparte extrem viel auch gebraucht. Ja, und das ist halt ein Thema, wenn sich das massiv ausweitet, könnte das für die Gesamtwirtschaft doch durchaus Inflationsdruck bringen. Muss man schauen, sollte man aber so ein bisschen auf der Uhr auch haben. Also das zu dem, was aktuell im Beachbook der USA steht. Und damit sind wir durch für heute. Das heißt, wir wissen jetzt, was los ist. Ich bin gespannt, was die FED draus macht. Das werden wir dann in 14 Tagen erfahren. An dieser Stelle wünsche ich jetzt allen erst einmal einen erfolgreichen Freitag im Trading. Und dann natürlich einen entspannten zweiten Advent. Und wir hören und sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächste Woche Montag um 8.30 Uhr zur Besprechung der nächsten Handelsideen. Danke fürs Zuschauen. Danke auch fürs Weiterempfehlen. Und bitte gebt der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch gerne ein Like oder aber auch der YouTube-Seite von Tickmill. Wenn man das Ganze sich regelmäßig anschaut, einfach abonnieren. Das kostet keinen irgendetwas. Hat große Vorteile. Immer dann, wenn es was Neues gibt, wird man automatisch informiert darüber. Ich sage nochmal Danke und Tschüss.